Ich kann ihn leicht definieren. Ich schreibe genau das, was ich schreiben will und ein großer Verlag publiziert mich und versucht mich in die Welt zu bringen. Und das geht einmal besser und einmal schlechter. Das ist schon genug Erfolg, mich keinem Kompromiss hingeben zu müssen in dem, was ich mache und von den Möglichkeiten der Verbreitung die Allerbesten zu haben. Und das sind die bei einem Verlag wie diesem. Und das heißt noch gar nicht, dass dann wirklich etwas Zählbares herauskommt, aber das Potenzial ist jedes Mal da. Das Furchtbarste ist, ein enttäuschter Autor in den mittleren Jahren zu sein. Man muss sagen, dass wenn man enttäuscht ist, die Enttäuschung einzugestehen, ist verheerend. Also ich kenne so viele Enttäuschte, denen ich am liebsten ihre Enttäuschung wegwischen würde und sage ihnen, liebsten Sie, red doch einfach davon, was du machen willst und du hast die Möglichkeit, es zu machen. Und alles andere hat man nicht wirklich in der Hand. Das ist eigentlich im Sozialen eine verheerende Beobachtung. Wenn jemand angeschlagen ist oder verwundet ist, dann fliehen alle. Man würde eigentlich denken, dass soziale Empathie würde Nähe erzeugen. Das Gegenteil ist der Fall. Alle laufen davon. Und man sieht es auf 100 Meter Entfernung, wenn einer geschlagen daherkommt. Davon hätte ich auch gern mehr. Also es gibt Übersetzungen. Das beeindruckt mich schon. Ja. Und vor allen Dingen auch die Möglichkeit unterschiedlicher Rezeptionen. Angenommen, die Deutschen können mit dem Buch wenig anfangen. Dann kann man immer, ach, aber was war bei den Franzosen, vielleicht ist es anders aufgenommen worden. Also die Ambition zu haben, ist eigentlich das Natürlichste. Aber wie viele Autoren gibt es deren Bücher in großer Regelmäßigkeit in viele Sprachen übersetzen, sozusagen dass das ganze Werk da ist. Wenn Sie jetzt nachdenken würden, ich nehme nur ein Land, wie viele lebende italienische Autoren kennen Sie, von denen viele Bücher auf Deutsch sind. Schaffen wir vielleicht gerade zwei oder drei zustande zu kriegen. Also seriöse. Viele einzelne Bücher, aber ein ganzes Werk.